Jetzt noch mal drauf geht, Alter, dann lasse ich richtig aus. Oh, Junge, Mann. Die nervt nur noch. Okay, dann gehe ich jetzt in die Stadt. Nee, warte, level noch ein bisschen. Ich kann nicht mehr. Ich habe wenig Hype-Kart. Mach so lange, mach so lange, bis es kaputt geht. LOL, okay. Haken schlaken. Die geht einfach rein. Wenn du repariert hast, dann müssen wir aber auch die Aufnahme beenden. Weil dann haben wir jetzt drei Parts. Ja, dann machen wir jeden Tag drei Parts, das ist super. Ja, das ist von mir aus. Da haben alle Leute, haben dann... Oh, ich brauche mal eine. Ich hoffe, die verrecken, gebe ich dir. Ja, das sehe ich immer wieder, dass so Halbnoobs verrecken im Spiel. Also die HP nicht sehen. Die meisten schauen nicht auf die HP. Ich glaube, die weiß noch nicht mal, wie man sich hinsetzt. Ich habe einen Hut, der... Ich habe Hut der Reinheit für Mark gelevelt, 35. Party. Ich spreche nicht englisch, deutsch oder französisch. Französisch. Sondern... Sondern... Ja, kurz. General schauen. Hä? Mit wem schreibt... Also du schreibst jetzt persönlich. Boah, der hat nicht angegriffen. So. Hahaha. Ich habe den gar nicht gesehen. Boah, der ist so... Du leckst, glaube ich... Nein, du leckst einfach ruckwärts. Das heißt, das würdest du lecken. Das ist auf der Stelle laufen. Also, ähm, für die, die auch mal mit mir leben wollen, jetzt so, kann ich gerne auch arrangieren. Einfach um 8 Uhr abends, meistens, sogar um 7 Uhr schon. Und dann komm... Ich kann mich dann mithelfen, also mitteilen, falls ihr das möchtet. Und, ähm, ich sammle alle Items auf, die ab grün sind, also grün, blau, lila und so sind, und verschenke sie. Ich habe so jemanden in unseren Clan eingeladen. Keine Ahnung, wie das war. Okay. Ähm, Clan. Kommt der rein? Hey, der ist drin. Der ist drin. Okay, super. Wie viel sind wir jetzt schon? Ich weiß, guck mal. Nein. Oder sogar mehr. Ich glaube, schon so um die 9. Du kannst ja auch Leute einladen, ne? Mhm. Ähm, kannst du mir den Fall geben, oder wie kann man das? Äh, du kannst, äh, in der Aktionsleiste, da steht Clan anwerben. Anwerben Clan, das ziehst du dir in deine Leistung, dann kannst du halt Leute anwerben. Ah, stimmt, ja, genau. Ähm, hier. Bei Emotionen, Aktionen, Clan einwerben, Clan. Ah, ich habe keine zweite Leistung. Ich muss dann machen, wenn ich die zweite Leistung aktiviert habe. Leiste aktiviert habe. Oh, der will doch keinen Clan, jetzt habe ich den noch sonst eingeladen. Ja? Okay. Ja, dann. Soll er doch draußen bleiben. Ich gehe nachher noch mit Monika schauen, was der andere Clan macht. Green Hell. Ja, kannst du machen. Welches Level ist Monika? 36. 36. Ja, ich spiele erst seit Januar wieder bei Sirtis. Und hatte auch nicht so viel Zeit. Aber ist eigentlich schon recht gut. Also, zwar kommt das Schwierigste erst jetzt, aber geht so. Hey, bei mir steht, du bist ein Ultimate-Dragona aus Ultimate-Dragona. Ah, ja. Oh, du, nenn, äh, nennt den Ding irgendwie King-Dragona oder so. King-Dragona, nee, das ist zu kindisch. King, ja? Ähm. King ist zu kindisch. Was haben? Goat. Nenn mich Goat. Oder was, ähm. Königin. Nee, das wäre zu hohen. Königin. 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 Äh, Draco-Base, die Königin von den Dragonen. Hahaha. Ich bin die Schlampe. Nein, nenn mich nicht so. Nein, mach ich nicht. Nenn mich, ähm. Ah, jetzt auf. Ich weiss schon, was du machen wirst. Ähm. Ich hab nichts gemacht. Ja, ist schon gut. Ah, jetzt kommt noch eine andere French-Touch. Das ist eine Französin. Das ist eine Französin. Kannst du Französisch sprechen? Jetzt hör auf. Ich schau nach. Ich schau nach. Oh, Junge, jetzt gehen die jetzt hin. Ja, eben. Königin der Dragonen. Halt jetzt deine... Nein, lass es sein. Nenn mich irgendwie Gott-Dragoner. Okay. Zeraf. Ich weiss schon. Ich hab's gemerkt von den anderen Lachen. Also ich geh jetzt zurück, dass sie mir viel zu viele die Mops wegnehmen. Aber mach's jetzt. Nichts. Ich hab nichts gemacht. Ja, aber sie ist immer noch Königin der Dragon. Nein. Nein. Ich hab das nicht übernommen. Schlampe, jetzt hör auf. Nein. Nein, wirklich. Ah. Da ist Spass mit Sätze. Wie willst du... Wie willst du... Gott-Dragoner. Also Gott-Dragoner. Ja, aber bitte richtig. Mit D und nicht zweite. Oder Dragoner-Gott. Nämlich so. Also Gott am Schluss. Nein, du weisst, bin ich der Dragoner-Gott. Doch, ich bin der Dragoner-Gott. Hey, ich bin der Gründer, also bin ich auch Gott. Dragoner-Dragoner-Gott. Meister. Nein, Meister ist dann einer wahrscheinlich der Superkämpfte oder so. Weil Meister ist eigentlich auch bei Ninjas oder so. der, der am besten ist. Ja, Drago, dann mach noch alles, was... Nenn mich jetzt einfach so, wie ich es gesagt habe, Dragoner-Gott. Rot-Dragone. Nenn mich nicht Rot-Dragon. Nenn mich Dragoner-Gott. Okay. Fängt voll wieder das Trollen an. Ah. Soll ich Dragoner-Gott oder Dragoner-Gott? Mit R? Dragoner-Gott. Okay. Schade, dass du immer Gründer bist, aber... Voll die Überbeleuchtung in diesem Spiel. Ha, das funkelte. Ja, guckst du. Schon wieder Aufnahme-Ding. Hallo. Komm zurück. Ja, ich hab doch gesagt mit D, also bitte. Ja, hier hab ich jetzt zum Beispiel überwältigte Stärke auf 4 und Berserk auf 4 gemacht. Jetzt kann ich das nächste noch Ekstase auf 4 oder hier noch ein bisschen erhöhen. Da ist wieder so gut. Gut, so musst du schreiten. Das ist Englisch, ich will Gott. Englisch heißen nicht Gott, das ist so schwul. Okay. Also, danke. Ja, dann beenden wir die Aufnahme für heute. So, das war heute auf jeden Fall unsere Parts. Die ersten Together Parts, wow. Yeah. Ich fühl mich so erfolgreich schon. Ich auch. Ich fühl mich so... Ich fühl mich so überskilled. Ja. Ey, hol mal schnell die Duell-Flaggon. Wir machen zum Abschluss ein Duell. Hab ich jetzt... Ja, du heißt dich dann immer. Nein, ich bin stärker als du heilen kannst, Wetten. Ja, geh, warte. Ich muss ganz kurz umskillen gehen. Ah, nein, ich will jetzt nicht kaufen. Machen wir später denn da rein. Nein, kauf eine für 400 Zimmerien. Du hast 15.000. Wieso? Ah, ich will... Jetzt hör auf. Nein, sonst habe ich zu wenig Geld für das Reit hier. Das kostet 15.000 und ich habe 15.250. Hol dir doch ein ganz normales Pferd. Ich habe ja ein normales Pferd. Aber ich will mal etwas Schöneres haben. Wieso? Wieso? Weil ein Anführer ein super Pferd braucht. Ach, komm, jetzt mach. Ich wollte eine Chrissy nehmen, aber der hat extrem schlechte Texturen. Kriegsrost 2500. Kauf eine... Kauf. Was? Ich kauf einen Kauf? Ja. Ich kauf keinen Kauf. Bitte, kauf, bitte. Was? Nein, ich will jetzt wirklich kein PvP machen. Das können wir dann auf Stufe 60 machen. Es wäre so schön, wenn wir einmal PvP machen. Es ist ganz normal als PvP und das kann man auch in der Arena machen. Es gibt dir 20 Euro, wenn du es machst. Ja, nein, ich lasse mich nicht verstechen. Ach, komm schon. Nein. Bitte. Nein, das ist... Machen wir lieber bei Diablo 3 oder so mal ein PvP. Nein, komm, ich kauf jetzt eine. Bei Minecraft, bei anderen MMORPG. Nein, das ist... Schau mal, in jedem MMORPG kann man gratis PvP machen, aber in Bayrechnung nicht. Völlig... Das ist völlig abzocken. Ich weiss, aber jetzt kauf doch... Ich weiss, ich weiss. Nein, das ist zu verschwenden. Ich weiss, du hast Angst, dass du verlierst, ne? Kaufst doch du. Du kannst ja die ganze Zeit irgendwelche Kriegsflocken aufstellen. Ich habe doch nur 160 Ximarin. Ja, toll. Dann ladet ihr hoch. Oder hast du Angst? Nein, ich habe nicht Angst, aber ich möchte es nicht kaufen. Wie soll ich Angst haben? Ich werde sowieso der beste Baba auf dem Server. Okay, dann lass ich... Du lägst zu viel. Duellflagge, 400 Ximarin für eine Duellflagge. Ja, halt deinen Mund. Da kauf ich mir lieber ein Booster. Da kauf ich mir lieber ein Erfahrungs-plus-50 Booster. Ach, komm, jetzt mach einmal. Aber du ein Dreifach-Drop-Bonus. Ah, das ist 1.100. Das ist ein bisschen zu zweit. Ja, ich sehe schon, du hast es zu großartig. Ich kauf mir eine grosse Rüstungs-Verbesserung. Du weisst einfach, dass du schlecht bist, ne? Ja, so, ich bin der Schlechteste. Ich mache nur 700 Schaden gegen dich. Ja, komm, mach. Jetzt mach Duell. Mach Duell. Ich habe doch keinen Dreifach. Ich habe keinen Dreifach. Ah, du bist... Oh, jetzt mach. Wollen wir das noch ein bisschen hereiszägen, können wir gerne, aber das bringt uns nichts. Los, komm, wenn du dich daust. Schau, was mein Charakter macht. Okay, dann gehen wir jetzt zur Bergarena. Komm, ich will es jetzt klären. Oh Gott, oh Gott. Fängt ja schon gut an. Ich will PvP machen. Ich will sehen, wie ich gnadenlos kaputtgeschlagen werde. Ah, jetzt glaubst du aber nur du. Du willst ja PvP machen, also. Ich zermetzte. Ja. Ich habe gerade so herzliche Skills... Ja, stunnen, ich wette, distanzt mich die ganze Zeit. Wetten. Okay, ich habe aber kein Top-Sucht oder so, also bitte. Halt die, halt den Mund, ey. Drago hat sein Level-Skill. Drago hat sein Level-Skill. Oh Gott, oh Gott. Also ist mir scheissegal, ob ich verliere. Ich nehme jetzt die Level-Skill, Lungen und fertig. Also ist wirklich... Ich wette, du stunst mich die ganze Zeit oder du bist, das kannst du mit starken Attacken. Nein, ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe nur stark, liegt es eh voll. Oh Gott. Und Käfer schwamm und Willenskraft und Sinnesstoß. Ja, ja, eben. Eben, nein, da muss man gar nicht zur Arena gehen, dann brennen wir jetzt. Nein, du leckst dir sowieso extrem. Ich sehe dich manchmal überhaupt nicht. Du bist jetzt gerade sofort ein bisschen verschwunden. Jetzt hör auf. Kauf dir ein besseres Internet. Kauf dir ein besseres Internet. Jetzt fängt das wieder an. Hey, ich werde endlich erwachsen. Hast du gehört? In meinem Let's Play, da muss Blut und Mord bestehen und nicht irgendwie kindisches Getreu. Ja, was ich bin. Ach, halt deinen Mund. Okay, dann scale ich mich auch noch kurz um. Ich werde ohne Sport. Nein, du kommst jetzt nicht. Nein, jetzt scale ich mich auch um. Ich weiss schon, was ich nehme. Ich weiss, was ich nehme. Dann hast du null Chance. Trago, ich habe... Oh, das ist so, ich sehe, das ist da. Junge, ich habe echt keine Stunts mit. Ich habe gerade meinen Standard. Ich habe nur dieses eine Vieh damit. Diese Leiche oder was es da ist. Ich werde jetzt kurz schauen. Ach, wo ist dieses Scheiß-Teil? Jetzt finde ich es nicht mehr. Es ist da vorne. Ich habe echt... Ich habe eine Stachle gesehen voll. Ja, ja. Wirklich. Ich habe auf Pet geskillt. Dann grinnst du unehrlich und ich sterbe ehrlich. Komm. Ja, jetzt habe ich den Barbantre. Da kann ich noch nicht nehmen. Du bist so eine Diva, Drago. Ich bin eine Diva. Ich bin eine Diva. Ja, toll. Ich kann in das Bein meines Pferdes schauen. Einschüchtern. Den Arsch meines Pferdes. Ich benutze Einschüchtern. Ernsthaft? Dann ernst? Nein. Dann wärst du der grösste Barbantre. Da hat defensive Haltung. Kann ich aber nicht. Defensive Haltung? Dann ernst? Ja, das ist Widerstand bei Teufel. Nein, ich nehme es nicht. Ich habe sowieso zu wenig Punkte. Komm. Aber ohne Stunts, bitte. Ja. Du kannst dich gleich wieder umscannen. Du hast so viel Stunts. Ey, ich greife nur mit Auto-Attacks an. Also bitte. Ja gut, ich greife auch nur mit Auto-Attacks an. Und mit Dach liegt es eh voll. Ja, im Auto-Attacks. Auto-Attacks. Ich drück nur die zwei oder so. Drago ist ein kleines Nüsschen. Yeah, du drei. Du drei. Drago ist ein dickes... Ich und Dicke, ja. Ich habe Angst, Drago. Ja, wollen wir auf... Jetzt gibt es kein Drücken mehr. Lol, die Kraft fehlt bei mir. Weil du in meiner Kamera drin bist. Du brauchst hier keinen... Deine Frisur war im Weg. Oh, den zu finden, Drago. Gib doch einfach zu, dass du Angst hast. Ich habe Angst, ja. Ich hatte noch nie im Leben Angst. Zuwälliger Kampf. Ich raste richtig aus, wenn ich dann lege, Alter. Oh, mein Gott. Drago, hast du zufälliger Kampf gemacht? Ja. Suche nach Gegern. Gebe mir auch. Ah, ja. Ich habe angenommen. Müssen wir drei sein, oder was? Drago. Müssen wir drei sein? Ich habe angenommen. Ich habe angenommen. Möglich. Warte, mach nochmal. Sonst musst du eine Duellschlagge kaufen. Nein. Für so ein kleines Duell, nicht 400. Wenn es 20 wäre, oder 40, ja. Wir könnten nicht Duell machen. Ich muss mindestens Level 29 sein. LOL. Ja, das geht nicht. Okay, also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Nein, ich kaufe mir jetzt keine Duell-Frage. Das ist 400. Das sind 40 Cent. Das ist teuer. Bitte, Drago. Ich wette, zwei Schläge und du bist down. Okay. Ja, okay. Wette geht. Ja, wenn du ein Schild hast, ja. Dann nicht. Ja, dann nicht. Ohne Scheiß. Wenn du gewinnst, dann schulde ich dir 40 Cent. Nein. Doch, ich fass dir. Nein. Drago, jetzt mach ich keine Mies. Das hat mir noch niemand zugezahlt. Noch niemand. Drago, jetzt komm. Bei Echtgeld sind alle so Arschlöcher. Drago, komm, mach. Ja. Hol bitte einen. Bis zum nächsten Mal. Es wird zu langweilig für meine Zuschauer. Jetzt hör auf. Wir werden noch genug PvP-Duelle machen. Du bist ein Lappen. Sonst kann ich gerne mit einem Level 60 Boboanus, wenn der Level 60 ist, mit dir im Ignis Reich kämpfen. Drago, du bist ein Lappen. Du traust dich nicht mehr in der Idee, wenn ich mich schütteln hier. Okay, dann beenden wir die Aufnahme. Drago, du bist ein Lappen. Fertig jetzt. Fertig jetzt. Guck mal, du bestellst schon Angst, wenn ich so mache, ne? Und du bestellst schon Angst, wenn ich so mache. Oh, ist das schlimm. Oh, du hast dich schneller gemacht. Ich ja, Süße. Oh, jetzt flieh mich. Versuch mich zu sein. Ich flieh mich. Oh, ich fliehe lieber. Ich fliehe. Fliehe. Ich fliehe. Pussi. Ich bring mich sogar um. Pussi. Ach, kann ich gar nicht. Ich kann mich nicht mal umbringen. Ja, Drago, bring dich um, weil du so Angst hast. Ja, dann starte ich wieder in Raela. Das ist doch gut. Nein. Los. Okay, fertig jetzt. Wir haben jetzt ein halbes Level gemacht. Machen wir das andere Level. Bis denn. Tschüss. Bye, bye. Also, du sagst halt nicht tschüss. Ich benenne dir jetzt die Eröffnung. Eine kleine Schlacht mit den Game-Amens. Sorry, dass es leckt. Ich bin gerade am Hochladen. Wo sind jetzt die Games? Hier ist ein Game-Master. Da vorne ist ein Game-Master und wir sterben wahrscheinlich alle. Oh je. Das möchte ich euch kurz zeigen. Natürlich sind die Iggen mit den Eisen verbündet. Wir haben so keine Chance. Ja, jetzt werde ich auch getötet. LOL. Okay, das war einfach mal eine GM-Schlacht, die ich euch zeigen wollte. Und, ja. Mehr war das leider auch nicht. Aber eben, ich bin ja auch am Leveln und wir leveln ja in Let's Play auch gut. Also, bald werden wir wahrscheinlich auch mehr Erfolg haben. Und bis denn, eben gut leveln und gute Kollegen anschauen. Und dann können wir bald auch so coole Schlachten machen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.